Ich glaube, dass die Beschäftigung mit Kunst in welcher Hinsicht auch immer Möglichkeiten des anderen Erlebens eröffnet, intrapsychisch, und es eröffnet, andere Bereiche, Zugänge zu schaffen. Ich halte da die Fächer Musik, Kunst, Theater für absolut zentral. Es gibt in der Zwischenzeit aus der Bildungsforschung Erkenntnisse, dass diese Fächer eigentlich die wichtigsten sind. Ich merke deutliche Unterschiede, wenn sich Kinder im privaten Kontext mit solchen Themen auseinandersetzen. Die haben zum Beispiel eine vollkommen andere Art über sich selbst, über ihr eigenes Erleben und Verhalten zu reflektieren und zu sprechen. Eine kulturelle Bildung gerade für Kinder und Jugendliche, die aus bildungsferneren Schichten kommen, ist absolut zentral, weil die haben ja nicht die Möglichkeit, über die Eltern an diese ganzen Inhalte herangeführt zu werden. Das heißt, es ist meiner Meinung nach eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Kinder in dem Bereich zu fördern. Ich heiße Daniel Kopp, bin hier am Helene-Langer-Gymnasium als Schulpsychologe tätig und außerdem arbeite ich im Wesentlichen in der Referendarsausbildung. Ich heiße Daniel Kopp, bin hier am Helene-Langer-Gymnasium.